Was geht ab Abiturathleten? Mein Name ist Leo Ekl und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Trauernotenschnitt kommst. Die absolute Basis für Top-Abiturprüfungen ist es einfach, dass du das richtige Mindset hast. Das bedeutet, welche Einstellung hast du gegenüber den Abschlussprüfungen? Was glaubst du über dich selber? Glaubst du es dir zu, richtig gute Noten zu schreiben? All diese Dinge spielen da so stark rein und sind in meinen Augen die Nummer 1 Sache, die darüber entscheiden, wie stark du in den Abschlussprüfungen abschneiden wirst. Und es hat wirklich nicht so viel damit zu tun, wie gut du bisher in Mathe, in Deutsch, in Physik, in Englisch, Französisch, was weiß ich was. Sonst geht es einfach darum, wie du die ganze Sache angehst. Ich beispielsweise habe 15 Punkte in der Abschlussprüfung in Deutsch geschafft. In Deutsch. Und meine beste Note in der 11. und 12. Klasse war mal 10 Punkte. Das war mit Abstand meine beste Note, ansonsten hatte ich immer 6 oder 7 Punkte. Und Deutsch ist ja nochmal das Fach, wo alle der Meinung sind, dass man sich da ja nicht verbessern kann. Aber das ist ganz logisch. Wenn du das Mindset hast, dass du dich nicht verbessern kannst, dann sagst du dir, okay, ich kann dir eh nichts machen. Du gehst einfach rein und dann, ha, wieder nur 6 Punkte, was hätte denn auch anders passieren sollen. Oder du gehst es so an, wie es ich gemacht habe und sagst dir, hey, ich will eine richtig geile Note in Deutsch. Es ist mir scheißegal, ob alle anderen sagen, dass du dich nicht verbessern kannst. Ich überlege mir, was muss ich tun, damit ich mich verbessern kann. Was kann ich machen, was in meiner Kontrolle liegt, damit ich am Ende 13, 14, 15 Punkte da auf dem Papier stehen habe. Dann machst du diese Sachen und dann wirst du es auch bekommen. Und genau um diese Einstellung geht es mir. Deswegen sage ich auch immer, Abiturathleten, sei ein Abiturathlet. So viele Leute denken einfach nur, sie sind Schüler. Sie sind Schüler und sie müssen jetzt da die Abschlussprüfung machen. Und, oh, es ist alles so stressig und wenn es endlich fertig wird, dann Halleluja, dann fliege ich ein halbes Jahr nach Australien und Jesus, keine Ahnung. Aber das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Das Abitur und vor allem auch die Abschlussprüfungen können unfassbar Spaß machen. Sie können wirklich Spaß machen. Sie können dann Spaß machen, wenn du Spaß daran hast, Leistung zu bringen. Wenn du es dir selber zutraust, dass du richtig einen raushauen kannst. Stell dir einfach mal vor, du gehst von Abiprüfung zu Abiprüfung zu Abiprüfung und natürlich bist du nervös. Ich war so scheiße nervös, natürlich bist du nervös. Aber du hast dich top vorbereitet, du weißt, dass du am Start bist, du weißt, worauf es ankommt und dann sitzt du da, es geht los, du bist mega nervös und sagst, okay, fuck, was passiert, du hast noch nie so eine Abiprüfung geschrieben. Du schlägst das Ding auf, denkst, okay, das habe ich mir, habe ich, ich habe die anderen Abiprüfung gemacht, du machst das, du machst das und du merkst, hey, es funktioniert, ich kann das. Und dann denkst du, fuck, ich kriege hier lauter Punkte, ich kriege Punkte, 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 Punkte. Und dann checkst du es dein Abi. Auf einmal checkst du, das ist beispielsweise bei uns in Bayern mal viel gewertet. Wir denkst, ja, geil, ja, geil, wie krass ist das denn? Und dann ist es nämlich auf einmal geil. Das ist nämlich der Punkt. Warum haben so viele Leute Angst vor dem Abi? Weil es so stark gewichtet ist. Weil es einfach so stark gewichtet ist. Aber das ist ja nur ein Problem, wenn du schlechte Noten hast. Wenn du geile Noten im Abi hast, dann freust du dich darüber, dass es stark gewichtet ist. Und das ist für mich dieses Mindset von einem Abiturathleten. Der Abiturathlet ist kein normaler Schüler. Er denkt sich nicht, oh, fuck, ich muss das alles machen, das ist so stressig und blablabla. So denkt sich, ich will performen, ich will Gas geben, ich will einen geilen Schnitt. Und deswegen tue ich alles, was in meiner Macht ist. Und dann hat er auch im Endeffekt Spaß daran, diese Leistung zu bringen. Und das braucht ihr einfach. Das braucht ihr einfach. Wenn du dieses Mindset hast, hast du gehört. Ich verspreche es dir, dann hast du es gewonnen. Dann ist es wirklich nicht wichtig, was du bisher für Noten hattest. Sondern es kommt einfach nur darauf an, wie du die ganze Sache angehst. Und deswegen, ist das wirklich meine absolute Nummer 1 Sache, bevor ich hier in detailliertere Tipps reingehe, dass du wirklich verstehst, dass es zu 100% in deinen Händen liegt. Und dass wenn du jetzt noch, auch wenn du denkst, oh, ich habe schon so viel Zeit vergeudet und das alles ist schon passiert und da habe ich das und das nicht mitbekommen. Scheiß drauf. Wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt heute sagst, ich mache es absolut best aus den Absprüfungen, dann verspreche ich dir, dass du, wenn die Abi-Prüfungen rum sind und du dein Zeugnis bekommst, denkst, scheiße. Ich hätte niemals gedacht, dass man da noch so, so viel machen kann. Ich will euch nochmal daran erinnern, ich hatte nach der 11. und 12. Klasse einen 1,8 Schnitt. Das ist schon ziemlich gut. Aber da auch, dass ich dann 1,0 in den Abi-Prüfungen hatte, bin ich nochmal auf 1,4 gekommen. Und wenn du das siehst, dann verstehst du, wie viel wirklich nochmal möglich ist. Und das wünsche ich euch allen von ganzem Herzen. Und deswegen werden ab jetzt, wie gesagt, täglich Videos kommen, die dich optimal dabei unterstützen, durch Top-Abi-Prüfungen deinen Traumschild zu bekommen. Euer Leo. Aber da ist gut. So, ich hätte es jetztרט smo mechanisms. Sie waren auf dem定 spies mit einem willordct personnes. wenn ich sie streben können, sindposte da verbaut und sieht ganz ruhig aus. Wie sieht letztesen wieder Spaß. Und wenn man die Welt bekommen, dann cuadern sich auf den Weg, wo braucht es nichtUM. chegand einen verdienten.